Ich bin ein Milena. I have a dream that one day... Wollt ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His2Go. Ich bin David. Und ich bin Viktor. Und Viktor, du wirst uns gleich mitnehmen in eine Geschichte aus allen Epochen, aus allen Kontinenten, die du dir ausgesucht hast. Einen bestimmten Zeitpunkt, vielleicht ein bestimmtes Ereignis. Und du wirst mein Vorwissen darüber gleich auf die Probe stellen mit ein paar sehr kniffligen Fragen, hoffe ich, zum Mitraten für alle. Bevor wir dazu kommen, Viktor, was trinken wir beide heute? Kannst du mir das beantworten? Ja, wobei du ja eigentlich das Ganze zubereitet hast. Also wir trinken einen kalten Espresso, also mit Eisfürfeln. Und das Besondere jetzt daran ist, dass wir da noch ein bisschen Gin reingemacht haben, so einen Schuss. Ja. Und? Ich finde es gar nicht so schlecht, du hast einen sehr skeptischen Blick. Es ist okay. Ja. Ist uns empfohlen worden, hält mich auf jeden Fall wach. Es ist kalt und es ist draußen warm. Damit ist es optimal für unsere Folge. Und jetzt, wo wir das geklärt haben, Viktor, können wir einsteigen. Und es ist höchste Zeit, dass wir mein Vorwissen jetzt mal auf die Probe stellen. Auf jeden Fall. Aber bevor wir das machen, habe ich noch einen kleinen Einstieg vorbereitet. Ausgezeichnet. Mit dem ich jetzt beginnen werde. Nach dem Tod Alexander das Großen im Jahr 323 vor unserer Zeitrechnung bricht in der hellenistischen Welt Chaos aus. Ohne klare Nachfolgerregelung kämpfen jetzt seine ehemaligen Generäle um die Vormachtstellung im ehemaligen Alexanderreich. Doch nicht alle mischen sich in diese Streitigkeiten ein. Einige griechische Städte sind kriegsmüde und möchten nur eins. Politische Autonomie. Eine davon ist die griechische Stadt Rhodos. Im Jahr 305 wird ihr Wille zur Unabhängigkeit auf die Probe gestellt, als der Diadoche Antigonus an die Stadtmauer anklopft und die Rhodia ersucht, sich im Kampf gegen seinen Erzfeind Ptolemaius anzuschließen. 13 Jahre später steht in Rhodos die vermutlich größte Statue, die in der Antike errichtet wurde. Der Koloss von Rhodos. Ja, und damit weißt du schon, in welche Region wir reisen und was unser Thema sein wird für die heutige Folge. Wird unser Thema etwa der Koloss von Rhodos sein? Auch, ja, aber vor allem die Vorgeschichte dazu. Okay. Die haben wir ja auch schon mal in einer anderen Folge ein bisschen überflogen, bei den sieben Weltwundern der Antike. Richtig. Da haben wir das kurz angerissen. Richtig, ja. Aber wir sind natürlich nicht allzu sehr ins Detail gegangen und vielleicht folgt das ja jetzt. Und wir haben ja damals schon, glaube ich, gesagt, dass man eigentlich zu jedem Weltwunder eine eigene Geschichte machen könnte. Genau so war es. Und ja, da setze ich jetzt ungefähr an. Okay, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und dann könnte man ja meinen, dass ich ein bisschen Vorwissen hätte. Aber ob das wirklich so ist, das werden wir jetzt sehen. Stimmt, ja. Und ich hatte natürlich wieder ein paar spezielle Fragen mitgebracht. Und ja, die werden wahrscheinlich nicht allzu leicht zu beantworten sein. Das hoffe ich doch. Aber wir legen jetzt los, bevor ich da weiter rumquatsche. Die erste Frage ist, wie wurde Antigonus noch genannt? A. Soter, der Retter. B. Monophtalmos, der Einäugige. Oder C. Polyarchetes, der Städtebelagerer. B. Monophtalmos, der Städtebelagerer. Das weiß ich nicht. Ich habe irgendwie jetzt gerade Antigonus Gonatas im Kopf. Aber ich glaube, das ist eine ganz andere Person. Ich finde das mit dem Einäugigen irgendwie passend. Gehört habe ich davon allerdings noch nicht. Ja, aber es wird auf jeden Fall eingeloggt, würde ich sagen. Und dann kommen wir zur zweiten Frage. Welche Aussage trifft auf den Belagerungsturm Helipolis nicht zu? A. Er war 100 Ellen und damit 46 Meter hoch. B. 30.000 Soldaten waren an seinem Bau beteiligt. Oder C. Er wurde komplett aus Eisen gefertigt. Ja, das wäre natürlich alles denkbar. Und 30.000 Soldaten finde ich jetzt gar nicht so abwegig, wenn man sozusagen einfach annimmt, dass die gesamte Armee beim Bau mitgeholfen hat. Dann könnte das ja schon eine große Armee sein. Und von der Höhe her würde ich sagen, passt das auch. Also würde ich jetzt einfach mal dann darauf tippen, dass er vielleicht nicht aus Eisen ist. Aber gehört habe ich wohl diesem Turm noch nie. Also da kann ich mich schon mal auf was gefasst machen. Okay, also er ist womöglich nicht aus Eisen. Das werden wir gleich hören, beziehungsweise später hören in der Geschichte. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Wie starb der Legende nach der Architekt des Kolosses von Rhodos? A. Starb er bei den Bauarbeiten, als der bronzene Daumen auf ihn fiel? B. Nahm er sich das Leben, weil er die Kosten falsch eingeschätzt hatte? Oder C. Erleidete er Schiffbruch und ertrank, als er sein Werk bewunderte? B. Das sind alles ganz poetische Antworten, die vielleicht irgendwie wie so eine Moral der Geschichte eventuell einem sagen sollen. Aber ich würde sagen, raten. Ich würde raten, er ist einfach ganz klassisch vom Daumen erschlagen worden. Was einem halt so passiert, wenn man da zu nah unter dem Koloss rumgelaufen ist. B. Okay, ja. Finde ich eine schöne Vorstellung und werden ganz zum Schluss der Geschichte dann alle wissen. Jetzt kommen wir aber zur Geschichte. Und dafür müssen wir zurück in den Juni des Jahres 323 vor unserer Zeitrechnung. Denn da stirbt der makedonische König Alexander der Große in Babylon. Er ist gerade einmal 32 Jahre alt geworden. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, in insgesamt 13 Jahren nahezu die gesamte damals bekannte Welt zu erobern. B. In einem wahnwitzigen Zug, dem sogenannten Alexanderzug, war es ihm gelungen, das Reich vom Norden Griechenlands bis zum Himalaya und Indien und im Süden bis nach Ägypten auszudehnen. Noch während Alexanders Lebzeit war es eine große Herausforderung gewesen, das Reich überhaupt zu regieren. Und sein überraschender Tod macht das Unterfangen für seine Nachfolger jetzt natürlich nicht einfacher. Vor allem, weil seine Nachfolge nicht klar geregelt war. Der Legende danach antwortete Alexander auf dem Sterbebett auf die Frage, wer denn das Reich nun regieren solle, der Stärkste. Und was daraufhin folgte, war ein Machtkampf um Alexanders Thron, der bis heute seinesgleichen sucht. Denn weder seinem nächsten Herführer Perdikas, dem Alexander seinen Siegelring überreicht hatte, noch dem schwächlichen Bruder Alexanders gelang es, die alexandrinische Dynastie der Ageaden erfolgreich zu verteidigen. Im Alter von gerade einmal zwölf Jahren stirbt mit der Ermordung des posttumgeborenen Sohnes Alexanders im Jahr 310 die letzte Hoffnung der Familie, noch einmal auf den Thron zurückzukehren und noch einmal über Griechenland, Thrakien, Persien und Ägypten zu herrschen und wahrscheinlich noch viele andere Reiche, die ich jetzt vergessen habe. Die unmittelbaren Jahre nach Alexanders Tod sind von zahlreichen Kriegen geprägt, die die einst so treuen Generäle Alexanders untereinander führen. In der Geschichtsschreibung werden sie jetzt Diadochen, Nachfolger genannt. Dabei kämpfen auf der einen Seite diejenigen, die auf Einheit und Erhalt des Alexanderreichs bedacht sind und die Familie schützen wollen und auf der anderen Seite die, die partikularistische Interessen verfolgen. Also die jetzt selbst ein größtmögliches Stück vom Kuchen abhaben wollen, der nach Alexanders Tod wie ein Silbertablett jetzt vor ihnen liegt. Und wer mehr über diesen Teil und über den Tod Alexanders, den Streit auch um seinen Leichnam, die unmittelbaren Machtkämpfe seiner Generäle und das Ende der letzten Ageaden erfahren möchte, der kann sich noch einmal eine Folge anhören, denn das haben wir alles schon behandelt und das ist die Folge 100. 100? Gute Zahl. Okay, das kann ich mir gut merken. Da geht es um Alexander und eben die Nachfolger und den Geist auf dem Thron. Ich erinnere mich. Unter anderem wusste man ja nicht mal so ganz, ob er wirklich tot war, als er darüber schon gestritten wurde. Aber das ist natürlich eine Frage für eine andere Folge, nämlich 100. Richtig, genau. Also nicht zu viel verraten, David. Deshalb machen wir jetzt gleich weiter. Alexanders Erfolg war deshalb auch möglich, weil sein Vater Philipp die Grundlage dafür geschaffen hatte, indem er das Militär reformiert hat und das makedonische Reich ausgedehnt hat. Behilflich war ihm dabei ein junger Gefährte und General. Ein stämmiger Mann mit einem schroffen Naturell und dem Hang zur Großspurigkeit, wie uns der griechische Philosoph und Biograf Plutarch beschreibt. Ein ums andere Mal hatte er auf dem Schlachtfeld seinen Wert bewiesen und das auch, nachdem er bei einer Belagerung ein Auge verloren hatte. Ein Auge verloren? Wer kann das sein? Ja. Niemand durfte sich darüber lustig machen, doch der General konnte auch nicht verhindern, dass er nur kurz nach seinem Tod den Beinamen Monophtalmus erhielt. Der Einäugige. Das ist ja ein Ding. Ja. Sein vollständiger Name ist also Antigonus, der erste Monophtalmus oder Monophtalmus. Okay. Der Einäugige, da hatte ich also den richtigen Riecher. Ja. Das freut mich natürlich sehr. Absolut. Vielleicht hast du ja doch mal schon mal davon gehört gehabt. Ja, kann schon sein. Ich muss so denken, dass es irgendwo, ich glaube, bei den Inka auch einen gibt, der so ähnlich heißt. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt bei der Frage geholfen hat. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler und kreativer Spitzname, muss man sagen. Stimmt. Also ich finde, ich verstehe natürlich, dass er ein bisschen sauer war, aber ich finde, den kann man eigentlich auch behalten, den Spitznamen. Das klingt nicht schlecht. Vor allem die Diadochen, muss ich sagen, hatten alle sehr spezielle Spitznamen. Ja. Und tatsächlich alle Spitznamen, die in den Antwortmöglichkeiten oder Beinamen, die in den Antwortmöglichkeiten genannt wurden, sind von Diadochen. Okay. Es gibt ja auch gar nicht so viele. Richtig. Dann... Ja, es gibt schon ein paar, aber es werden immer weniger. Okay. Ja, und auch unter Alexander kämpfte Antigonus als General und regierte nach den erfolgreichen Eroberungszügen als Stadthalter über große Teile des Asiatischen Reiches. Vor allem Kleinasien konnte er sein eigen nennen, also die heutige Westtürkei. Aber auch in den griechischen Städten versuchte er, seinen Machtbereich auszudehnen und war als alter Antigonide. Die Antigonus stammte eben aus Griechenland, aus dem Norden, aus dem makedonischen Kerngebiet. Eigentlich hatte er da immer noch engen Kontakt mit den griechischen Städten auch. Ja. Nach dem Tod Alexanders wurde ihm allerdings von den königstreuen Reichsverwesern Teile seines Gebiets, in denen er Stadthalter war, aberkannt. Und das gab letztlich den Ausschlag dafür, dass sich Antigonus gegen sie und damit gegen die Nachfahren und Verteidiger der Königsfamilie stellte. Nach vielen Kriegen und zahlreichen Siegen gelingt es ihm im Jahr 316 dann eine Vormachtstellung im Alexanderreich einzunehmen, als er den letzten wichtigen königstreuen Diadochen besiegt. Er beherrscht jetzt ein Reich, das sich vom Hellespont bis zum Indus erstreckt, also im Prinzip den gesamten asiatischen Teil, jetzt wirklich des Alexanderreichs. Auch, wenn er zugunsten von griechischen Gebieten den östlichen Teil seines Reichs immer wieder einbüßt, gegen einen gewissen Seloikos. Er bleibt aber auch in den nächsten Jahren der mächtigste Diadoche. Einen entscheidenden Beitrag zu den Großmachtambitionen des Antigonus leistet vor allem auch sein Sohn Demetrius, den er im Jahr 313 von unserer Zeitrichtung zum Strategen und Oberbefehlshaber ernennt. Und zwar zum Oberbefehlshaber gegen den größten Konkurrenten im Ost-Mittelmeerraum zu dieser Zeit. Und damit, wer könnte das vielleicht sein? Zu dieser Zeit... Südöstlicher Mittelmeerraum. Achso, ja, also ein anderes Diadochenreich, oder? Ja. Die Ptolemäer. Ja, richtig, genau. Das wurde jetzt zu dieser Zeit mehr oder weniger der Erzfeind von Antigonus. Genau, Ptolemaios, der eben über Ägypten herrscht als Diadoche. Und auch er war wie alle Diadochen eben auch ein ehemaliger General von Alexander. Oder wie die meisten Diadochen, nicht alle waren Generäle, aber die meisten hatten irgendeine Funktion unter Alexander dem Großen gehabt. Antigonus beauftragte Demetrius mit zahlreichen Eroberungs- und Rückeroberungszügen und das nicht nur gegen Ptolemaios. Er kämpfte im heutigen Israel, in Griechenland, im heutigen Irak, um Babylon und schließlich auch gegen Ptolemaios, um Mittelmeerinseln vor Kleinasien und der Levante Küste. Also dieser Demetrius, der war ganz viel unterwegs. Als Zypern im Jahr 313 in die Hände des Erzfeindes Ptolemaios dann fällt, ist Antigonus furchtbar verärgert. Denn mit Zypern kontrollieren jetzt die Ägypter große Teile des so wichtigen Fernhandels. Um die Situation aber nicht eskalieren zu lassen, schließen die Diadochen im Jahr 311 einen Frieden. Neben den beiden Streithähnen sind auch die Diadochen anwesend, die über das makedonische Hoheitsgebiet im Norden Griechenlands und über Thrakien herrschen. Bei dieser Friedensordnung legen sie ihre Machtsphären klar fest, womit das Alexanderreich praktisch zerfällt. Für meinte Historiker ist das immer noch, oder Historikerinnen und Historiker, ist das immer noch nicht das offizielle Datum, wo wirklich das Alexanderreich zerfällt. Das kommt dann bei einer Schlacht etwas später, zu der wir noch kommen. Aber hier ist eigentlich schon der Moment gekommen, wo diejenigen, die versuchen, die Einheit des Reichs zu erhalten, unter anderem zu diesem Zeitpunkt auch noch der Sohn, der lebt, oder die Beschützer des Sohns, der Sohn ist eigentlich noch zu jung, um zu kämpfen, die haben jetzt eigentlich kaum noch eine Chance, das wirklich zu erhalten des Reichs. Und deshalb kann man eigentlich sagen, ab diesem Zeitpunkt ist das Reich jetzt auch wirklich zerfallen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es tatsächlich eigentlich noch eine Einheit, aber die Diadochen streiten sich eben ständig. Also, genau, weil wir uns das häufig so vorstellen, dass ob die Machtbereiche schon klar abgegrenzt werden, aber so ist es eben nicht, bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, logisch. Zusätzlich halten die Diadochen auch fest, dass den griechischen Städten ein Autonomierecht gewährt werden soll. Ein Autonomierecht, was es ihnen verbietet, sich an den Kriegen der Diadochen zu beteiligen. Friedensschlüsse wie von dieser Sorte sind ja eigentlich immer begrüßenswert, doch mit der Aufteilung der Machtsphären war der ein oder andere Diadoche nicht so ganz zufrieden. Angestachelt durch die Eroberung von Zypern zwei Jahre zuvor, zeigt die Flotte von Ptolemaius jetzt immer häufiger Präsenz in der Ägäis. Und die Ägäis war eigentlich das Hoheitsgebiet von Antigonus. Und das war natürlich schlecht, um einen Frieden zu bewahren. Ja, eher das Gegenteil. Richtig. Schlimmer wiegt dann allerdings noch die Nachricht, die dann Antigonus erreicht, dass sich der gleichnamige Neffe im Jahr 309 der Flotte von Ptolemaius anschließt. Und sein Neffe regierte im Namen von Antigonus über die griechischen Gebiete, die sich in der Ägäis befanden. Das bedeutet dementsprechend auch, dass nicht nur er und seine gesamte griechische Flotte und Heeresmacht an Ptolemaius überging, sondern dass damit auch seine Gebiete an den Erzfeind überging. Das war zu viel für den inzwischen 72-jährigen Diadochen, der sah, wie seine Position in Griechenland immer schlechter wurde, zusammenbrach. Und daraufhin brach dann auch der sogenannte Vierte Diadochenkrieg aus. Also wir haben vorher schon drei Kriege, allerdings sind das etliche Gefechte zwischen den Diadochen, die dann Historiker irgendwann in diese drei Abschnitte geteilt haben oder vier Abschnitte. Und vorher hat es eben offiziell in der Geschichtsschreibung schon drei Diadochenkriege gegeben. Den ersten Diadochenkrieg, dazu erfahren wir eben in Folge 100, aber noch mehr Details. Richtig. Und Antigonus setzt jetzt ganz auf seinen Sohn Demetrius und dem gelingt es dann tatsächlich im Jahr 307, alle Besitzstände in Griechenland wieder zu gewinnen und sogar zu vermehren. Also dieses Problem ist schnell aus der Welt geschafft, könnte man sagen. Antigonus hat aber jetzt immer noch nicht genug. Nach dem Erfolg seines Sohnes holt ihn nämlich sein alter Traum ein, einmal das Alexanderreich unter einer antigonidischen Dynastie zu vereinen. Umgehend schickt er seinen erfolgreichen Sohn in die südliche Ägäis, um dort die Städte vom Joch des Ptolemäischen Diadochen zu befreien. So lautet zumindest die Propaganda, mit der die Eroberungen häufig legitimiert werden. Also nicht unbedingt deine Sichtweise. Nein, nee, nicht unbedingt meine Sichtweise. Allerdings ist es tatsächlich so, dass sich Antigonus zu einem gewissen Grad als Schutzherr der griechischen Städte sah, aber das beruhte selten auf Gegenseitigkeit. Gut, das kann er selber, kann er viel behaupten als alter Einäugiger, die ja doch so ist. Die haben das vielleicht anders gesehen. Ja, und wenn die Ägäis wieder Antigonus gehören soll, David, was muss Demetrius dann wahrscheinlich erobern? Rhodos. Ja, erst mal nicht, Rhodos. War ich damit jetzt zu schnell? Also eigentlich ist meine Antwort jetzt auf deine Antwort eher nein. Erst mal Zypern, denn Zypern war strategisch eigentlich viel wichtiger aus Rhodos, das kann man schon mal vorwegnehmen. Und dorthin bricht Demetrius jetzt mit seiner gesamten Flottenmacht im Frühjahr 306 von der Stadt Karien aus auf. Das liegt nahe an der Stadt Milas in der heutigen Türkei. Und obwohl seine Streitmacht ziemlich groß ist, gewaltig könnte man auch sagen, sucht er nach weiterer Unterstützung, also nach mehr Soldaten vor allem. Und ja, auf dem Weg zu dieser Insel Zypern liegt noch eine andere Insel und eine Stadt, die genauso heißt. Und jetzt, David, kannst du vielleicht oder findest du vielleicht die Antwort. Schon wieder Rhodos. Ja, aber diesmal wirklich. Diesmal wirklich Rhodos, genau. Ja, und bei Rhodos handelt es sich um eine ganz wichtige und bedeutende antike Handelsstadt. Und warum das so ist, das müssen wir uns jetzt in einem Teil der Folge anschauen, der nicht oder nie fehlen darf, David. Und der wie lautet? Ja, ich dachte, wir wären schon längst in diesem Abschnitt drin, aber dann kommen wir doch jetzt zum historischen Kontext und erfahren noch mehr über diese ganz spezielle Insel. So ist es ja. Und du hast nicht ganz Unrecht. Also, wenn wir uns zurück in die Antike begeben, ist es ja häufig so, dass wir dann erstmal einen längeren Umriss brauchen, einen längeren Kontext brauchen. Und tatsächlich könnte man das, was ich vorher erzählt habe, auch als Kontext verstehen und ist es sicher auch. Aber auch der offizielle historische Kontext von Stogo kommt jetzt. Das ist immer wichtig, den offiziell einzuordnen. Und ich finde es gut, weil, dann sagen wir einfach, der Teil vorher hätte noch in die letzte Folge gehört, weil da hatten wir ja recht wenig. Stimmt. Durchaus auch nicht unbeabsichtigt, weil wir ja dafür sehr viel Geschehnisse hatten. Und dann machen wir es jetzt wieder so ein bisschen ausgeglichen. Ja, richtig, genau. Und ich beginne jetzt den Kontext damit, dass ich kurz die Beschreibung des griechischen Gelehrten Strabon vorlese, der die Stadt in seiner Geografie so beschreibt. Die Stadt Herodia liegt auf der östlichen Landspitze der Gleichnamigen. Durch Häfen, Straßen, Mauern und weitere Ausstattungsmerkmale zeichnet sie sich von allen so sehr aus, dass wir keine andere Stadt nennen können, die ihr gleicht, geschweige denn ihr Überlegen ist. Bewunderungswürdig ist auch ihre gute Gesetzgebung und die Sorgfalt, mit der das Gemeindebeste Einwesen und insbesondere die Flottenangelegenheiten gepflegt werden. Daher behauptete die Stadt lange die Seeherrschaft, vernichtete die Piraten und war mit den Römern befreundet. Ebenso mit den Königen, die ihrerseits Freunde der Römer und Griechen waren. Bei all diesen Vorzügen blieb sie stets unabhängig und wurde mit vielen Weihgaben geschmückt. Das hört sich gut an. Ja, das hört sich gut an und gibt schon mal einen ersten Eindruck wieder. Und ich habe auch den Quellenauszug deshalb vorgelesen, weil er bis heute die historische Rezeption und Wahrnehmung dieser antiken Stadt eigentlich bestimmt. Also ganz häufig wird das auch, wenn man Rhodos beschreibt, auch in Aufsätzen, ich habe es jetzt eben mehrmals gelesen, in Aufsätzen, in Sammelbänden, in Büchern, Monografien, immer wieder wird einleitend dieser Abschnitt im Prinzip bezeichnet. Und für uns ist vor allem die Lokalisierung jetzt von Rhodos nochmal wichtig, dass wir uns das anschauen und dann, wie es eben war, mit diesem Wunsch unabhängig zu sein. Und was es dann mit den Römern auf sich hat und mit den Piraten, das hören wir vielleicht ein andermal. Ja, ich glaube, wir müssen nicht zu weit dann wieder in die Gegenwart gehen, denke ich mal, weil das mit den Römern und Piraten klingt eher so, als wäre es dann ein paar Jahrhunderte nach unserer Geschichte jetzt. Völlig richtig, ja. Die Römer sind zu diesem Zeitpunkt, also sind zu diesem Zeitpunkt auch schon im Expandieren, aber natürlich lange noch nicht das, was wir unter dem Römischen Reich verstehen. Ja, noch etwas weiter im Westen fortzugangen, unter anderem mit Kartago, aber das würde jetzt zu weit führen, das haben wir ja auch schon behandelt. Richtig, ja. Ja, Rhodos liegt in der südlichen Ägäis in unmittelbarer Entfernung zur kleinasiatischen Westküste. Während es zur heutigen Türkei gerade einmal 18 Kilometer sind, beträgt die Entfernung zum griechischen Festland fast 430 Kilometer. Also da haben wir vielleicht schon mal grob eine Vorstellung, das findet sich wirklich ganz im Südosten, eigentlich fast unter Kleinasien, wo das so wie so eine Art Bogen macht. Im Südwesten der Insel liegt Kreta und im Südosten Zypern. Mit einer Länge von 78 Kilometern und einer Breite von 38 Kilometern ist Rhodos die viertgrößte Insel Griechenlands. Auch wenn die Insel gar nicht so klein ist, siedeln die Menschen ab der Jungsteinzeit eher im äußersten Nordosten der Insel. Und um 1200 von unserer Zeitrechnung siedeln sich schließlich die dorischen Griechen dort an und gründen die drei Dörfer Yalizos, Kameros und Lindos. Und man könnte sich jetzt natürlich fragen, warum die Menschen überhaupt auf diese Insel gegangen sind. Und das könnte ich jetzt auch dich fragen, David. Das wäre wirklich eine hervorragende Frage, wenn du das tätest. Dann würde ich dir sagen, dass ich das gar nicht so genau weiß. Aber wir wissen, es gibt sehr lange schon Handel, gerade entlang der Küsten. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass auch zu dieser Zeit Handel schon eine Rolle gespielt hat. Später sowieso auch eine Rolle spielt in der archaischen Zeit. Das ist jetzt noch ein bisschen vorher. Und dann würde ich denken, dass es also irgendwelche Ressourcen auf der Insel selber auch gegeben hat, die irgendwie attraktiv waren für die Leute. Ganz wichtig. Ja, genau. Vor allem der Handel, der spielt vor allem später eine Rolle, wenn dann auch der Schiffbau hinterherkommt und größere Mengen auch einfach an Vorräten transportiert werden können. Aber bei der Insel handelt es sich zunächst um eine sehr fruchtbare Insel. Also die Landschaft ist von Bergen und Kiefernwäldern vor allem geprägt. Und das heißt, dass sie da auch dementsprechend Nutzpflanzen anbauen konnten. Und das Problem war irgendwann, dass so viele Menschen zugezogen sind, dass man irgendwann auf Getreidelieferungen angewiesen war. Aber da war es natürlich ein Glück, dass die Insel genau auf der wichtigsten oder einer der wichtigsten Fernhandelsrouten zwischen der Levante und dem griechischen Festland lag. Und das heißt, dass man da wirklich eben etliche Mengen an Getreide dann auch geliefert bekam. Und benötigte man in kleinen Asien mehr Getreide als das, was von der Levante aus verschifft wurde, dann konnte man auf das, was aus Ägypten kam, zugreifen. Also das war wirklich ein Handelsknotenpunkt und irgendwann ein Handelszentrum. Und dadurch, dass immer mehr Menschen eben nach Rottos gezogen sind, wie ich es schon gesagt habe, war es dann so, dass irgendwann auch die Stadt Rottos gegründet wurde. Und zwar aus den drei Städten, die im Nordosten lagen. Und die neu gegründete Stadt generierte ihre Einnahmen jetzt vor allem durch die Zölle, die sie bei dem Getreidehandel verlangen konnte. Und da Rottos zu einem der größten Getreideumschlagsplätze überhaupt wurde, waren die Schatzkammern natürlich ganz gut gefüllt. Die Stadt wird also jetzt größer und größer und ist Ende des vierten Jahrhunderts dann Archäologinnen und Archäologen zufolge, sogar mit 290 Hektar größer als Athen. Oh, okay. Ja, und bevor ich die Stadt jetzt selbst beschreibe, zeige ich dir einfach mal ein Bild aus einem unserer Bücher. Ja, sehr gerne. Du kannst es ja mal schreiben, was dir vielleicht auffällt an dieser Stadt. Sie ist so Schach, wie nach einem Schachbrettmuster angelegt. Also sehr, mit sehr vielen geraden Linien, sage ich jetzt mal. Das sieht man auch von oben. Also ganz viele quadratische Straßen. Man sieht, dass die sehr gut geplant wurde. Ja, und sie ist eben direkt an der Küste gelegen offensichtlich. Viel mehr kann ich nicht sagen. Man sieht die Buchten, die sind sehr deutlich. Genau. Die Häfen, Buchten, die natürlich wahrscheinlich. Und zwar auf beiden Seiten. Also im Westen leicht, aber vor allem im Nordosten. Und dort liegt dann auch der Haupthafen, der Kriegshafen. Und das macht auch vor allem Rodos aus. Also natürlich auch diese Ordnung, wie du sie beschrieben hast. Also wirklich ein ganz modernes Straßennetz gab es auch damals im antiken Rodos. Aber auch vor allem diese fünf Häfen. Das war besonders an der Stadt. Und zeigt natürlich, dass Rodos wirklich auch vom Handel lebte. Und dafür wirklich prädestiniert war mit diesen Buchten. Geschützt wurde die Stadt durch eine Steinmauer, deren genauen Maße wir aufgrund der düftigen Funde heute leider nicht mehr nachvollziehen können. Und ja, im Süden der Stadt befand sich ein stets gut besuchtes Theater. Das ich nicht ganz ohne Grund nennen werde. Okay. Aber später mehr dazu. Neben den Einnahmen, die durch den Getreidehandel generiert wurden, erzielten die Rodier auch einen Einnahmeüberschuss durch den Export von Wein und dazugehörigen Amphoren. Das heißt, Trauben reiften auch wunderbar auf dieser Insel. Die Verantwortung der Stadt, wie bei der Rechtsauslegung und der Zollbestimmung, lag in der Hand einer fünfköpfigen Regierung, die man Brütanen nannte. Also die einzelnen Regierungsmitglieder. Im demokratischen System, das in Rodos herrschte, hielten sie für sechs Monate den Vorsitz in einem Rat und einer Volksversammlung. Seit der Gründung der Stadt Rodos kämpften die Rodier für ihre Unabhängigkeit. Wie es Traborn uns auch berichtet hat in diesem Ausschnitt, den ich kurz vorgelesen hatte. Bezeichnend dafür ist, dass sie auch ihre eigenen Münzen prägen ließen, auf denen ihr Schutzgott abgedruckt war. Er sollte die Stadt vor allen Angriffen bewahren und ihm huldigten sie wie keinem anderen Gott. Sein Name ist Helios, der Sonnengott und Schutzgott der Stadt. Diese doch eher ungewöhnliche Wahl eines verhältnismäßig unwichtigen Gottes, sag ich mal, ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass auf Rodos viel öfter die Sonne scheint, als in jeder anderen Region in Griechenland und übrigens auch in Europa. Oh, okay. Also Rodos ist quasi das Freiburg der Ägäis. Ja, richtig. Also es ist wirklich eine der sonnenreichsten Regionen Europas. Das erklärt auch den guten Wein. Stimmt, ja. Die etwa 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt erzählen sich außerdem auch gerne die mythologische Geschichte zu ihrem Schutzgott, die ungefähr so geht. Eines Tages beschloss Zeus, sein Reich unter den Göttern des Olymps aufzuteilen. Helios, Enkel der ersten Götter Gaia und Uranus, der davon gehört hatte, wünschte sich daraufhin umgehend Rodos. Denn er wünschte sich eine fruchtbare Insel. Und tatsächlich gab ihm Zeus die gewünschte Insel, die Helios daraufhin Rode nannte, nach seiner späteren Frau die Nymphe Rode. Etliche Jahre später gründeten schließlich die Enkel des göttlichen Paares, Kameros, Yalysos und Lindos, die ersten Städte auf der Insel. Und daraus ging ja bekanntlich Rodos hervor. Das war also der Gründungsmythos der Rhodia. Die Rhodia waren sich sicher, dass sie an ihrer Seite einen starken Gott hatten. Doch auch Helios konnte nicht verhindern, dass die Rhodia immer wieder in die Abhängigkeit eines benachbarten Hegemons gerieten. Glücklicherweise waren diese Phasen meist von relativ kurzer Dauer, sodass sie ihr Ziel der Unabhängigkeit nie aus den Augen verloren. Vor allem nicht, als Alexander der Große überraschend verstorben war. Zwar hatte der großspurige Antigonus immer wieder versucht, sie für seine Seite zu gewinnen, doch meistens konnten sie ihre Neutralität wahren. Mit dem Diadochenfrieden im Jahr 311 schien ihre Autonomie jetzt gesichert. Doch da der Frieden nur kurz hielt, wussten auch sie, dass sie sich wohl früher oder später wieder eine Seite anschließen oder unterordnen mussten. Ihr Autonomierecht war also eher ein Scheinrecht, das die Diadochen beliebig zu beugen mussten, sodass es gefährlich sein konnte, sich dem zu widersetzen. Als Demetrios sie im Sommer des Jahres 306 um Hilfe bittet, pochen die Rhodia allerdings standhaft auf ihr Autonomierecht. Sie sind nicht dazu bereit, sich am Angriff auf Ptolemäus zu beteiligen, der ein wichtiger Handelspartner ist. Frieden ist für die Geschäfte viel ertragreicher und die Beteiligung in einem Angriffskrieg verspricht längerfristig mehr Ärger als Profite. Die fünfköpfige Regierung lässt Demetrios wissen, dass sie sich an die Vereinbarung des Friedens von 311 halten wollen und kein Diadochen bei einer militärischen Intervention zu unterstützen gedenken. In älteren Werken von Historikerinnen und Historikern hat man durch diese Haltung festgemacht, dass die Rhodia den Ptolemäern näher waren als den Antigoniden, weil sie auf deren Getreidelieferung angewiesen waren. Heute wird das in den Altertumswissenschaften allerdings eher bestritten. Historiker wie Hans-Ulrich Wiemann gehen davon aus, dass die Rhodia lediglich neutral bleiben wollten und kein Interesse an kostspieligen und ausufernden Konflikten hatten, weil diese konnten sie womöglich auch noch in eine politische Abhängigkeit zwängen und das wollten sie um jeden Preis vermeiden. Der Gegenseite hält er beispielsweise entgegen, dass die Hälfte der rhodischen Getreidelieferung aus Kleinasien kam und nicht aus Ägypten. So oder so haben die Rhodia sicherlich nicht damit gerechnet, dass aus der Verweigerung von Waffenhilfe ein Krieg gegen Antigonus erwachsen würde. Zunächst aber legt Demetrios nur verärgert ab, segelt nach Zypern und stellt sich dort Ptolemaios und seinen Soldaten. In der gewaltigen See- und Landschaft von Salamis gelingt dem Sohn von Antigonus dann tatsächlich ein erdrutschartiger Sieg. Vorsicht, es handelt sich hier nicht um eine andere Siegsschlacht von Salamis, die 174 Jahre zuvor zwischen Athen und den Persern stattgefunden hat. Die noch etwas bekannter ist, besonders eben für die ganze Antike eigentlich, die ganze Geschichte. Richtig, genau. Es ist ja häufig so, dass es ab und zu Schlachten gibt, die entweder in einer ähnlichen Region stattgefunden haben oder ähnlich heißen. Das ist wieder ein Beispiel dafür. Mit den wenigen Schiffen, die Ptolemaios übrig bleiben, flieht er daraufhin mit seinen restlichen Soldaten nach Ägypten, wo er in Erwartung der feindlichen Armee eine Verteidigungsstellung aufbaut. In Antigonäa in Syrien feiert sein Widersacher Antigonus währenddessen den Erfolg. Antigonäa heißt natürlich nicht ganz zufällig Antigonäa oder nach Antigonus, weil er hat die Stadt gegründet. Ganz bescheiden. Hat er sich bei Alexander ein Vorbild genommen und wollte auch ein paar Städte, die so heißen wie er. Ja, wieso nicht? Dem stand er ja auch ganz nah. Er ist sich auf jeden Fall jetzt sicher nach diesem Erfolg von seinem Sohn, dass die Götter ihn auserwählt haben, um als König die legitime Nachfolge Alexander des Großen einzunehmen. Er betrachtet sich von da an als rechtmäßiger König des von Alexander eroberten Weltreichs und bindet sich in einem Festakt ein Diadem um den Kopf, seine Krone. Um die Position seiner Familie zu stärken, macht er kurzerhand auch seinen Sohn Demetrius zum Mitkönig. Wir haben also jetzt im Prinzip ein Doppelkönigtum, das aber womöglich nicht von allen anerkannt wird. In Rhodos betrachtet man diese Entwicklung mit Skepsis, denn die vielen Kaufleute und Seferer profitieren ja dann am meisten, wenn Frieden herrscht und der Handel dann aufblühen kann. Und das Gebaren des Antigonus ließ jetzt nicht erwarten, dass Frieden einkehrt. Und so sollte es auch nicht sein. Denn der Sieg von Salamis hatte keine Unterwerfung der anderen Diadochen zur Folge. Im Gegenteil, die Diadochen Cassander, Lysimachos und natürlich auch Ptolemaios waren jetzt mehr denn je entschlossen, gemeinsam Antigonus zu stoppen. Der wiederum wollte seiner Krönung Taten folgen lassen und nichts weniger als das Alexanderreich unter sich vereinigen. Und vielleicht, David, hast du jetzt eine Idee, wo er hinzieht und was er erobern muss, um jetzt auch nach außen zu zeigen, dass er der Nachfolger von Alexander ist. Welche Region? Naja, also die ursprüngliche Kernregion wäre Makedonien. Nehme ich mal an, dass er da hingeht. Oder er könnte alternativ natürlich die größten Widersacher erobern. Also entweder die Seelokiden angreifen oder die Ptolemäer. So Leukos, mit dem ist er immer wieder im Zwist, aber er spielt noch keine so große Rolle. In Griechenland hat er bereits seine Machtsphäre eigentlich schon ausgeweitet. Da sind ganz im Norden noch mit Thrakien und im Norden von Griechenland eben noch andere Diadochen, die ich gerade genannt habe. Aber nicht Makedonien? Ne, nicht Makedonien, beziehungsweise vielleicht südliche Teile von Makedonien. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Er geht jetzt nach Süden und greift sein Erzfant an, Ptolemaios, und zieht eben im Prinzip damit auch nach Alexandria. Okay. Und im Frühjahr 306 schreitet er jetzt gemeinsam mit seinem Sohn zur Tat. Die damals bekannte Welt sollte mit dem nächsten Schlag erkennen, wer die legitime Macht über das alte Alexanderreich innehatte. Auch dieses Mal scheitert der Versuch, die Rhodia für dieses Unterfangen zu gewinnen. Als die Antigonidische Flotte den Schiffsverkehr zwischen Ägypten und der Insel blockiert, kommt es sogar zu einem kleinen Gefecht. Das verärgert Antigonus wieder. Doch da Rhodos eine griechische Stadt ist, will er dieses Scheimützel noch durchgehen lassen. Sein Ziel ist ja sowieso Ägypten und auch das letzte Mal hat es ja ohne die Unterstützung der griechischen Stadt geklappt, als man Zybern angegriffen hat, beziehungsweise die Städte, die dort darauf liegen, auf der Insel. In einem gleichzeitigen Angriff von Land und von See aus sollte Ptolemaios überrascht werden. Demetrius führte wahrscheinlich die Flotte an und Antigonus tatsächlich das Land her, obwohl er schon relativ alt war. Als sie schließlich im Frühjahr 305 auf die Verteidigungsführung des ägyptischen Herrschers treffen, kommt es zu einer heftigen Schlacht. Und trotz größter Anstrengung gelingt es den antigonidischen Truppen nicht, den Nil zu überqueren. Im Gegenteil, sie werden durch den erbitterten Widerstand des Ptolemaios so sehr aufgerieben, dass das Heer sich bald zurückziehen muss und von Hunger und Krankheit geplagt nach Syrien zurückkehrt. Aber Antigonus hat nicht vor aufzugeben. Er plant schon den nächsten Invasionsversuch. Kurz nach der Rückkehr entzendet er deshalb eine Delegation nach Rhodos, die der fünfköpfigen Regierung unmissverständlich klar macht, dass sie jetzt ein letztes Mal friedlich Waffenhilfe anfordern. Die Rhodia, höflich wie sie sind, beglückwünschen Antigonus und seinen Sohn zur Königserhebung, von der sie inzwischen auch erfahren haben, und ehren sie sogar mit der Aufstellung zweier Statuen. Die Bitte um Waffenhilfe aber, die lehnen sie ab. Das ist natürlich fatal. Womöglich auch, weil sie von dem Debakel in Ägypten gehört hatten. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Rhodos haben außerdem nicht zuletzt gehofft, dass es ihnen wie der Bevölkerung Byzantions am Bosporus gehen würde. Denn diese hatte sich im dritten Diadochenkrieg ebenfalls standhaft geweigert, ihre Neutralität zugunsten des Antigonus aufzugeben, und ihr waren daraus keine Nachteile erwachsen. Aber die Hoffnungen der Rhodia sollten sich als trügerisch erweisen. Diese abermalige Brüskierung bringt nämlich das Fass zum Überlaufen. Umgehend lässt Antigonus einen Plan für eine Strafexpedition entwerfen, die von seinem Sohn, König Demetrius, höchstpersönlich angeführt werden soll. Und die Belagerung, die jetzt folgte, sollte es in sich haben. Und die schauen wir uns jetzt an. Okay, dann beenden wir doch mal den historischen Kontext quasi und gehen über zur Action. Jetzt geht's los, genau. Ich trinke jetzt nochmal kurz einen Schluck. Ja, gönn dir. Und dann machen wir weiter. Einen erfrischenden Snack. So. Bist du bereit, David? Nach wie vor, ja. Sehr gut. Einen kleinen Kontext hinweist, gibt es aber noch. Oh, das ist ja ein Ding. Überliefert ist uns jetzt die folgende Belagerung. Vor allem in Diodors Universalgeschichte. Diodor war ein griechischer Geschichtsschreiber. Vieles beschreibt er sehr detailliert. Einiges bleibt aber auch sehr vage, wie so oft bei antiken Quellen. Und wie eigentlich auch das, was ich gerade gesagt habe, eher vage ist. Aber was genau detailliert beschrieben wird und was dann auch vage beschrieben ist, das werden wir jetzt herausfinden. Okay, das ist doch gut. Ja. Im Juni des Jahres 305 ruft Demetrius seine Soldaten in den Hafenort Lorima an die kleinasiatische Westküste. Auf insgesamt 200 Kriegsschiffen und weiteren 170 Transportschiffen sind jetzt über sage und schreibe 40.000 Soldaten zusammengekommen. Auch wenn die Zahl, die wir von Diodor erhalten, wohl etwas zu hoch gegriffen ist, handelt es sich dennoch um eine gewaltige Flotte und Streitmacht. Vor allem, wenn wir bedenken, dass es sich vorrangig lediglich um eine Strafexpedition handelt. Bei diesem Angriff sollte aber nichts dem Zufall überlassen werden und auch deshalb sind auf den 170 Transportschiffen bereits schwere Belagerungsmaschinen wie Katapulte und Ballisten befestigt. Als die Rhodia von den Vorbereitungen erfahren, sind sie erschrocken. Bis zuletzt hatten sie nämlich gehofft, dass es nicht zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen würde. Sie sind es jetzt, die einen Gesandenaustausch ersuchen. Aber die Forderungen von Antigonus, die inzwischen neben der Waffenhilfe die Bereitstellung von 100 rhodischen Geiseln aus den vornehmen Familien beinhalten, die sind ihnen jetzt zu hoch. In der Hoffnung, dass die anderen Diodorchen im bevorstehenden Krieg zu ihnen halten, lehnen sie jetzt das Angebot wieder ab. Einen Monat später, im Juli desselben Jahres, erblicken die Rhodia dann von ihren Stadtmauern aus die Flotte von Demetrius. Demetrius navigiert seine Flotte aber zunächst in eine Bucht, die sich südreich südwestlich der Stadt befindet, außerhalb der Feuerreichweite der Rhodia. Also wenn du dich an das Bild erinnerst oder an den Stadtplatte erinnerst, den ich dir gezeigt habe, dann haben wir gesehen, im Nordosten sind die ganzen Buchten und die Häfen. Und er ist quasi einmal um die Landzunge und er liegt jetzt im Südwesten in einer Bucht, die nicht mehr ganz auf der Karte, die ich dir gezeigt habe, zu sehen war. Um die Hafenanlagen und den Kriegshafen zu erreichen, mussten sie von dort aus jetzt jedes Mal um die Landzunge, da der Kriegshafen sich ja im äußersten Nordosten von Rhodos befand. Ein altbekannter His-to-go-Protagonist sollte es ihm wenige Jahre später übrigens nachmachen. Und damit meine ich den pontischen Giftkönig, so haben wir ihn ja genannt, Mitridates VI., der im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung sein Unwesen trieb. Und auch er hatte Rhodos belagert und hatte sich auch eben in diesem Bereich niedergelassen von der Flotte. Dimitros ist jetzt also auf der Insel angekommen und David, was meinst du, macht er jetzt als erstes vielleicht? Er baut Belagerungsgeräte. Oh, gut. Gut. Macht er auch. Ja. Hast du noch einen anderen Tipp? Er verhandelt vielleicht nochmal und gibt ihm nochmal die letzte Gelegenheit, den Angriff abzuwehren. Ich meine, nicht abzuwehren, sondern zu verhindern. Ja, möglich. Aber macht er laut den antiken Quellen nicht. Das Erste, was er macht, ist erstmal einen Hafen anlegen in dieser Bucht. Ah ja, oder das, ja. Weil für so eine riesige Flotte, die muss man ja irgendwie vor der Bucht auch vor Anker bringen. Und da müssen die Leute natürlich auch regelmäßig an Land kommen können oder wieder auf die Schiffe kommen können. Und das muss schnell gehen. Und dafür bringt er jetzt erstmal oder lässt er einen Hafen anbringen. Dann befiehlt er seinen Soldaten, den Wald zu rohen, damit er ein großes Feldlager errichten kann. Irgendwo müssen ja die 40.000 Soldaten unterkommen und wenn sie gewusst hätten, wie lange sie sich auf Rodos aufhalten würden, hätten sie es sich wahrscheinlich auch noch gemütlicher eingerichtet. Anschließend nimmt Demetrios Kontakt zu den Piraten auf, besticht sie und beauftragt sie damit, die umliegenden Seegebiete zu verwüsten und zu plündern. Seine Soldaten kümmern sich währenddessen um die Gutshöfe, die vor der Stadtmauer stehen und deshalb leichte Beute sind. Als die Stadt von der Landseite her komplett isoliert ist, plant Demetrios seinen Angriff. Ziel des ersten Sturms auf die Stadt ist der Kriegshafen von Rodos. Doch damit er eine Chance hat, die Hafenmole zu besetzen und die Stadtmauern zu durchbrechen, braucht er mehr als Schiffe und Männer. Er braucht Belagerungsmaschinen. Und da war es natürlich sehr praktisch, dass Demetrios ein großer Fan großer Belagerungsmaschinen war. Und dabei hat er vor allem von dem Ressourcenreichtum auch seines Reiches und dem Wissen dazu profitiert, dass es bei den Belagerungen während des Alexanderzugs weiterentwickelt worden war. Also das Wissen zur Technik eben, zu den Belagerungsmaschinen. Und über die Belagerung von Tyros, von Alexander und den beeindruckenden Maschinen, die dabei behilflich waren, haben wir auch schon eine Folge gemacht. Da habe ich die Zahl jetzt nicht, aber da kommt eben auch so eine beeindruckende Maschine vor und die findet ja nur wenige Jahrzehnte vor statt, die Belagerung. Und das bedeutet, dass man das natürlich, das Wissen dann auch weiterentwickelt hat, beziehungsweise die Technik weiterentwickelt hat. Demetrios lässt jetzt unter der Aufsicht seiner Ingenieure eine schwimmende Festung bauen. Dafür wurden zwei Schiffe, auf denen sich überdachte Katapulte und Ballisten befanden, aneinander gebunden. Der übergroße Schwimmkörper war zwar nicht besonders manövrierfähig, hatte dafür aber eine ungeheure Durchschlagskraft. Als Demetrios mit seiner Flotte vor dem Hafen auftaucht, muss er allerdings feststellen, dass die Rhodia gut vorbereitet sind. Sie haben die Zeit genutzt, in der die schwimmende Festung gebaut wurde, indem sie ihre Mauer befestigt und die Katapulte und ihre 6000 Soldaten in Stellung gebracht haben. Wenig später bläst Demetrios dann zum Angriff. Das Gefecht konzentriert sich zunächst auf die Hafeneinfahrt um die Mole. Also für alle vielleicht nochmal die Mole. Das ist das, was beim Hafen weiter ins Meer reinragt sozusagen und oft auch aufgeschüttet ist in so einer Bucht, die dann beispielsweise vor dem Wellengang schützen soll. Und dort auf dieser Mole haben jetzt einige der rhodischen Soldaten auch Stellung bezogen, um die auf sie zusegelnden Flotte aufzuhalten. Und zwar mit Wurfmaschinen, wie Katapulten auch. Damit beschießen die Rhodia jetzt die Angreifer. Als sie aber bereits von weitem Demetrios schwimmende Festung erblicken und die ersten Geschosse die Hafenmole treffen, müssen sie einsehen, dass die Mole die Einfahrt nicht zu halten ist. Sie ziehen sich daraufhin hinter die Stadtmauern zurück, wo währenddessen ein Ausfall geplant wird. Kurze Zeit später steuern drei rhodische Schiffe, die im Hafen vor Anker lagen, mit einem gewaltigen Tempo auf die Hafeneinfahrt zu. Genauer gesagt auf die schwimmende Festung. In einem beherzten Kamikaze-Eingriff oder Selbstmordkommando könnte man wohl auch sagen, wollen sie dieses Doppelschiff kaputt rammen. Alle drei rhodischen Schiffe gehen bei diesem Angriff unter. Aber es gelingt ihnen auch die schwimmende Festung so weit zu beschädigen und zu neutralisieren, dass die Antigoniden ihren Angriff abbrechen und zu ihrer Bucht zurückkehren. Eine Woche später, inzwischen ist es bereits Ende September, wagt Demetrios dann direkt den nächsten Angriff. Doch ein Sturm macht ihm einen Strich durch die Rechnung, sodass auch hier wieder abbrechen muss. Es gelingt ihm also nicht, während dem Spätsommer jetzt die Stadt zu erobern und Ende September und Anfang Oktober machen sich dann die ersten Winterstürme bemerkbar und Demetrios muss jetzt die Belagerung von Seeseite aus tatsächlich komplett aufgeben. Zumindest für dieses Jahr. Schlimm wiegt für den Mitkönig jetzt auch, dass die damaligen hochseetüchtigen Schiffe stets und vor allem nachts in Ufernähe ankern mussten. Der hohe Wellengang der Wintermonate war sonst zu gefährlich. Und deshalb ist es auch ganz entscheidend, dass er eben doch im Südwesten eben von der Stadt Rottos relativ weit weg ist, weil er jedes Mal um diese Landzunge muss. Und was ist das vielleicht jetzt noch für ein Problem, wenn man eine Stadt belagert? Weil was will man eigentlich damit erreichen, auch bei einer Belagerung? Die Stadt von der Versorgung abzuschneiden. Und bei einer Stadt auf einer Insel wäre es dann natürlich wichtig, auch den Seeweg abzuriegeln. Was dann ziemlich schwierig ist, weil die Flotte ja eben dort nicht sein kann, sonst wäre sie den Sturm ausgesetzt. Genau. Also sicher hat er es vereinzelt versucht, aber dann sind wahrscheinlich auch viele Schiffe untergegangen. In jedem Fall war es zu dieser Zeit nicht möglich, eine Hafenblockade zu errichten. Und das heißt, dass die Versorgung in Rottos trotz der Belagerung aufrechterhalten werden konnte, wenn sie dennoch ausreichend unterstützt würden. Und die Unterstützung, die sollte auch kommen. Vor allem als im April, Mai das Meer wieder befahrbar wurde, weil bis dahin die Kämpfe auch tatsächlich ruhen. Die Diadochen des europäischen Festlandes, Lysimachos und Kassandros und vor allem der Herrscher über Ägypten, Ptolemaios, schickten jetzt Nahrungsvorräte und Bauholz. Und aus dem Bauholz konnten sie dann Katapulte und Ballisten herstellen beispielsweise. Für einen erneuten Angriff der übermächtigen Armee des Antigonos sind sie deshalb auch gewappnet. Auch wenn das Hauptproblem bleibt, dass ihr Militär eindeutig in der Unterzahl ist. Ich hatte ja vor, schon mal die Zahl 6000 genannt. Sie kriegen immer wieder auch militärische Unterstützung, auch von den Diadochen, vor allem von Ptolemaios. Das sind aber insgesamt dann nur 1500 Soldaten, die zusätzlich nochmal draufkommen. Aber aufgeben steht den Rodiern jetzt nicht im Sinne. In den Wintermonaten haben sie nicht nur Katapulte gebaut, sondern auch an ihrer Mauer gearbeitet. Höher soll sie sein und eine zweite soll es geben, die weiter innen hochgezogen werden soll, also in Richtung Stadt. Das heißt, dass man jetzt im Innenbereich dann auch die Häuser, die Tempel und auch die Villen, die dort im Weg stehen, Stein um Stein abbaut oder eben kaputt macht, zerstört, um dort dann auch die Mauer zu errichten, die jetzt wirklich nochmal weiter innen sein soll als die erste Mauer. Also man ordnete jetzt wirklich alles der Verteidigung der Stadt unter. Aber auch Demetrius war in den Wintermonaten nicht tatenlos geblieben. Er tüffelte schon wieder an einem Kriegsgerät, das die Mauern von Rhodos durchbrechen sollte. 30.000 Soldaten sollen an ihrem Bau beteiligt gewesen sein. Und als er im Juli, ein Jahr nach dem letzten Angriff, erneut seine Soldaten vor den Stadttoren positioniert, rollt inmitten ihrer Reihen ein 100 Ellen hoher Belagerungsturm. Und dieser Belagerungsturm, 100 Ellen, das sind da, vielleicht hast du die Zahl von der Einstiegsfrage gemerkt. Ich habe sie mir nicht gemerkt, ich habe keine Ahnung mehr. Es ist auch schon länger her. Es sind 46 Meter. Okay, so weit, so gut. Ein gewaltiger Belagerungsturm. Und das ist die sogenannte Helipolis, die Städteeinnehmerin, die neun Stockwerke hoch ist und mit Metallplatten verkleidet ist, um vor Brandpfeilen besser geschützt zu sein. Aber das heißt, dass sie nicht komplett aus Metall, aus Eisen ist. Und damit hast du die Frage richtig beantwortet. Ich als antiker Belagerungsingenieur wusste natürlich, dass es damals wahrscheinlich etwas schwierig gewesen wäre, einen Turm, der ja auch bewegbar war, ganz aus massivem Eisen zu bauen. Das würde etwas zu weit führen. Ja, ich glaube, das ist eben damals gar nicht möglich. Ich glaube, das hat es ehrlich gesagt sogar noch nie gegeben. Also auch später im Mittelalter. Solange es noch Belagerungstürme gab, waren die, glaube ich, nie aus solidem Eisen. Ich war mir ehrlich gesagt aber trotzdem nicht sicher. Jetzt macht es Sinn, wo ich die richtige Antwort kenne. Das wäre auch eine wahnsinnige Menge Eisen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also so oder so. Also Eisen ist dran, die Metallplatten sind dran. Das heißt, trotzdem ist natürlich diese Helipolis wahnsinnig beeindruckend, auch für die Verteidiger, wenn sie jetzt auf einen zukommt. Und auf den oberen Stockwerken sind zusätzlich Geschütze angebracht. Also das muss dann auch furchteablösen, wie du es gesagt hast, gewesen sein. Und um das Ganze zu bedienen, um diese Maschine, um diesen Turm zu bedienen und zu manövrieren, brauchte man laut den antiken Quellen 3.400 Soldaten. Okay. Gibt es denn die Maße für den, also wie soll ich sagen, den Durchmesser, die Breite, die Länge? Vielleicht gibt es die auch noch, die habe ich mir jetzt nicht noch extra aufgeschrieben, aber dementsprechend muss es natürlich auch breit gewesen sein. Ja, also auch für die damalige Zeit wird es wahrscheinlich niemand dort sowas jemals vorher erblickt haben. Das ist dann natürlich schon ein beeindruckendes Bauwerk. Ja, eine der Höhepunkte eben in dieser Zeit der Entwerfung dieser großen Belagerungsmaschinen auf jeden Fall. Dann gibt Demetrius den Befehl zum Angriff auf die Stadt. Dieses Mal über Land von Süden her, wie Mitridates zwei Jahrhunderte später. Die Schneisen, die die Helipolis schlägt, als sie nah genug an die Stadt heranrollt, sind gewaltig. Die erste Mauer fällt in kurzer Zeit, doch die zweite innere Mauer, die von den Rodiern im Winter erbaut worden ist, hält noch stand. Auch wenn sie langsam aber sicher zu bröckeln anfängt. Die Rodier ihrerseits verteidigen sich wacker. Sie hatten von dem Bau der gewaltigen Belagerungsmaschine zwangsweise gehört und ihre Verteidigung speziell auch darauf ausgelegt. Mit schweren Wurf und Brandgeschossen versuchen sie, die Helipolis außer Gefecht zu setzen. Und tatsächlich gelingt es ihnen, ihre Eisenverkleidung dadurch aufzubrechen. Die Städteeinnehmerin fängt bald Feuer, das die Angreifer aber noch rechtzeitig unter Kontrolle bekommen. Und zwar mit Wasserreserven, Wassereimern, die auf jedem Stockwerk des Belagerungsturms platziert sind. Denn man hatte auch von vorherigen Belagerungen daraus gelernt, dass eben diese Türme oft Feuer fangen und deshalb gab es diese Eimer. Trotzdem ist an eine Fortsetzung der Belagerung nicht mehr zu denken, denn der Turm ist zu beschädigt und muss repariert werden. Ohne ihn kommen sie einfach nicht mit ausreichend Soldaten über die Mauer. Demetrius zieht sich wieder zurück und bereitet seinen Soldaten jetzt auf den finalen Angriff vor. Eine Verzögerung der Belagerung konnte er sich jetzt wirklich nicht mehr leisten. Zu viele Ressourcen band diese Belagerung die Stadt, die nicht einmal einem konkurrierenden Diadochen unterstand. Allerdings musste er diesen Angriff ohne die Helipolis, diese Städteinnehmerin führen, denn die war noch nicht repariert worden. Er musste sich also einen anderen Plan überlegen. Da kommt es ihm gelegen, dass ihn ein Späger darüber informiert, dass es eine Schwachstelle in dem zweiten Mauerteil gibt. Und an einem Abend Ende Juli, eine Woche nach dem letzten Angriff, befiehlt Demetrius 1500 Elitekriegern, dass sie sich in der Nacht an diesen Mauerteil schleichen sollen, der beschädigt ist. Außer Sichtweite der Verteidiger sollen sie sich jetzt dort verstecken. Wie genau das abgelaufen ist, also wie genau sich 1500 Krieger dort verstecken können, das lässt beispielsweise die Quelle offen. Solche Sachen sind dann vage formuliert. Allerdings muss man sich vorstellen, dass zwischen der ersten und zweiten Mauer auch die Verteidiger einen Graben ausgehoben hatten. Und nachts hätte man sich dort vielleicht womöglich anschmiegen können, irgendwie an den Graben und sich dadurch verstecken können. Beeindruckend mit 1500 Mann. Aber wenn es Elitekrieger waren, waren es vielleicht auch Meister des Versteckspiels ihrer Zeit. Und außerdem muss man sich vorstellen, dass die Rodier natürlich die gesamte Mauer beschützen mussten, die Türme besetzen mussten. Und sie hatten ja nicht so viele Soldaten, zumindest nicht so viele wie die Angreifer. Am Vormittag des nächsten Tages sehen die Rodier auf ihren Wachtürmen, wie die Armee von Demetrios anrückt und ansehlt. Denn sie kommen von allen Seiten. Über das Meer und über Land. Man kann jetzt wirklich in jede Himmelsrichtung schauen und überall tauchen die antigonidischen Soldaten auf. Der gewaltige Ansturm überrumpelt die Verteidiger, die bald dazu gezwungen sind, ihre Soldaten ausgedünnt entlang der Mauer zu positionieren. Und auf diesen Moment haben die Elitekrieger gewartet. Sie erklimmen jetzt die beschädigte Mauer und dringen im Süden in die Stadt ein. Sie besetzen jetzt das Theater, von dem ich am Anfang gesprochen hatte, das in der Nähe steht, also direkt dort, wo sie die Mauer erklimmen, und rücken dann bis zur Agora vor. Die zahlenmäßig völlig unterliegenden Rodier sind chancenlos. Da der Durchbruch aber nur an einer kleinen Stelle gelingt, können die Angreifer die Stadt nicht ohne weiteres einnehmen. Noch einmal bündeln die Rodier dann ihre Kräfte und tatsächlich gelingt es ihnen, sie in einem harten und aufopferungsvollen Kampf wieder zur Mauer zurückzudrängen. Dem nächsten Angriff werden sie aber nicht mehr standhalten können. Das wissen sie jetzt. Was sie allerdings nicht wissen ist, dass es einen nächsten Angriff nicht geben wird. Mitten in den Vorbereitungen auf den entscheidenden Angriff erreicht Demetrius nämlich eine Nachricht von seinem Vater. Darin heißt es, dass er von ihm verlangt, sich vertraglich mit den Rodiern zu einigen. Antigonus hatte mit den anderen Diadochen nämlich inzwischen eine Abmachung getroffen, dass Rhodos verschont werden sollte. Als Vermittler trat dabei eine Abordnung des griechischen Aitolischen Bundes ein, als dessen Schutzherr sich Antigonus auch gerne gab. Mit der aus seiner Sicht großzügigen Geste des Verzichts auf die Belagerung von Rhodos wollte er sich womöglich die Gunst der griechischen Städte sichern, die zu den Antigoniden eigentlich ein enges Vertrauensverhältnis hatten. Aber dass jetzt ein wenig gestört war eben durch die Belagerung von Rhodos. Logisch, ja. Weshalb Demetrius allerdings nicht früher und energischer angegriffen hatte, nachdem es einer Eliteeinheit oder seiner Eliteeinheit gelungen war, in die Stadt einzudringen und das Theater zu besetzen, das wird wahrscheinlich für immer ein Rätsel bleiben. Das meint zumindest der Althistoriker Wiemann und ich denke, das können wir auch alle nachvollziehen, diese Haltung. Übrigens ebenso wie der Aspekt, dass es möglich gewesen ist, dass die Stadtmauer und die improvisierten Mauer so lange standhalten konnten. Es gab zwischendurch auch immer mehrere noch Angriffsversuche. Die Angriffe, die ich jetzt gezeichnet habe, das sind vor allem die großen, die bedeutenden Angriffe, wo nochmal wirklich ein großer Teil der Armee dafür auch gebunden worden sind von Demetrius. Ja, es wäre ja auch nicht untypisch, dass die Mauer immer wieder verstärkt wurde, nachgebessert wurde zwischen den Angriffen und wir dürfen nicht vergessen, dass sie auch immer wieder Nachschub bekommen haben. Also da kann man das vielleicht ein bisschen mit erklären, eventuell. Gut, genau. Den Rhodian war also jetzt die Verteidigung gelungen und das laut Diodor, weil sie heldenmütig gekämpft hatten. Ganz so einfach ist es aber natürlich nicht. Der Historiker Wiemann meint, dass das Scheitern der Belagerung an der mangelnden Seetüchtigkeit antiker Kriegsschiffe lag, wie du es gerade gesagt hast. Das wurde in Rhodos verschärft, weil der Hafen der Angreifer weit weg lag und deshalb die Frachter von Ptolemaios immer wieder Nachschub liefern konnten. Nicht zuletzt war die Helepolis auch ein Problem, denn der Wandelturm oder dieser Belagerungsturm war auch einfach viel zu unbeweglich und trotz der Metallbefestigung wurde ja auch nicht ausreichend Schutz gegen Brandpfeile. Also es war eigentlich eine Verschwendung von Ressourcen und von Zeit. So oder so wird im Sommer 304 vor unserer Zeitrechnung dann ein Vertrag geschlossen. Rhodos sollte politisch autonom bleiben dürfen und wurde auch von der Verpflichtung zur Waffenhilfe befreit, für den Fall, dass Antigonus gegen Ptolemaios in den Krieg zieht. Okay. Andererseits, ja jetzt kommt nämlich die Gegenseite, aber bisher klingt es ganz gut, oder? Das wolltest du sagen. Ja, aber dann lass ich das anfangen. Ja, andererseits mussten sich die Rhodia nämlich auch der Hauptforderung des Demetrius beugen und die Stellung von 100 Geiseln akzeptieren. Ah ja, das wollten sie eigentlich ja nicht. Richtig. In gewisser Weise bleiben die Rhodia dann in ihrer Autonomie also doch beschränkt, da die Antigoniden damit jetzt über ein Druckmittel verfügten. Auch wenn dieser Friedensschluss letztlich die antigonidische Seite begünstigt, war der Aufwand, der bei der Belagerung betrieben wurde, völlig unverhältnismäßig. Tyros, eine stark befestigte Hafenstadt, war von Antigonus Jahre zuvor eingenommen und unterworfen worden. Wie übrigens ja Alexander auch zuvor Tyros eingenommen hatte und das ohne gigantische Belagerungsmaschinen oder eine übergroße Flotte zu verwenden. Die allerdings, die hatte Alexander zum Teil eingesetzt. Das kann man ja nochmal nachhören. Man kann also getrost sagen, dass Demetrius, dessen Beiname tatsächlich Polyaketes, der Städtebelagerer, werden sollte, gescheitert war. Auch wenn wir nicht wissen, was passiert wäre, wenn Antigonus seine Ressourcen im Jahr 305 und 304 besser aufgeteilt hätte, verlieren er und sein Sohn Demetrius drei Jahre später endgültig ihre Vormachtstellung. Im Jahr 301 verlieren sie nämlich die Entscheidungsschlacht bei Ipsos gegen die anderen Diadochen. Antigonus fällt dabei sogar und Demetrius zieht sich jetzt nach Griechenland zurück. In die Heimat der Antigoniden, wo er von vielen griechischen Städten unterstützt wird und auch deshalb in den nächsten Jahrzehnten zum Hegemon auf der Halbinsel steigt. Über ihr ehemaliges asiatisches Hoheitsgebiet herrschen seit der Entscheidungsschlacht bei Ipsos diese Leukie. In Rhodos kann man sein Glück kaum fassen, als Demetrius mit seiner gewaltigen Flotte die Heimreise antritt. Die bedingungslose Unterwerfung war abgewendet worden und seit der Schlacht von Ipsos war die Teilabhängigkeit von Antigonus beendet. Auch die 100 Geiseln, die Antigonus nach der Belagerung festgehalten hatte, waren wieder in Rhodos. Dort hatte man sich inzwischen wieder ganz dem Wiederaufbau der Stadt gewidmet. Und wie wir wissen, ist so ein Wiederaufbau auch immer relativ kostspielig. Und David, was meinst du, wie konnten die Rhodia das finanzieren? Ähm, also ein besonderer neuer Grund fällt mir jetzt eigentlich nicht ein. Also wie bisher durch ihren Handel, ja. Auch, auf jeden Fall. Aber jetzt kommt noch ein besonderes Element dazu, ein besonderer Aspekt. Sie konnten nämlich die etlichen Belagerungsmaschinen des Demetrius und des Bauholz und des Metall, das da verwendet wurde, verkaufen. Und so richtig, richtig viel Geld machen. Das hätte ich nicht vermutet. Beziehungsweise zu Silber. Nach Plinius dem Älteren, noch so ein Geschichtsschreiber oder eher Gelehrter, aber dieses Mal ein Römer, hat ihn die Veräußerung 300 Talente Silber eingebracht. Das sind schlappe neun Tonnen Silber. Das ist recht viel, kann man sagen. Dann, ja, hat man damals für das Holz, aber vermutlich noch mehr für das Eisen, der wirklich viel bezahlt. Ja, auf jeden Fall. Erstaunlich. Vor allem, weil zu dieser Zeit so viele Kriege geführt wurden und man diese Maschinen natürlich dann gut brauchen konnte und das Metall. Ja, interessant. Ja, damit kann man auf jeden Fall auch die erfolgreiche Verteidigung der Stadt gut feiern. Deshalb wurden erstmal die Diadochen geehrt bei diesen Feiern, die sie unterstützt hatten. Sie alle, natürlich auch Ptolemaios, bekamen dann ihre eigene Statue. Auch Cassandrus und Lysimachus übrigens. Auch Antigonus? Oder wurde bei dem dann eher vielleicht die alte Feindschaft dann doch ernster genommen? Ihm und seinem Sohn wurden ja schon Statuen gewidmet. Also sie hatten ja schon diese Statuen oder Statuen aufgebaut. Und die haben sie aber tatsächlich nicht abgerissen, sondern sie haben sie stehen lassen, weil sie sich gedacht haben, das könnte vielleicht nochmal ganz nützlich sein, die da zu haben, weil vielleicht brauchen sie sie ja doch wieder. Und allgemein waren sie ja eigentlich, wollten sie ja Frieden bewahren und dadurch zu Wohlstand kommen. Und da war es natürlich hilfreich, wenn sie mit allen irgendwie so eine friedliche Basis schaffen. Ja klar, als Geste des guten Willens. Genau. Und ja, wahrscheinlich hatte bald jeder Diadoche da seine eigene Statue, außer vielleicht Siloikost. Okay, also Madame Tussauds Statuenkabinett in der Antike, so ein Geschenk. Aber das reichte eigentlich immer noch nicht aus, denn der Erfolg war so unverhofft gewesen, dass dahinter etwas Größeres stecken musste. Etwas, was nur durch die Götter zu erklären war. Sie hatten dieses Wunder möglich gemacht, beziehungsweise in ihren Augen vor allem ein Gott. Ja. Und David, das weißt du. Das muss einfach Helios sein, der absolute Lieblingsgott der Insel Rhodos. So ist es, ja. Und die Bewohnerinnen und Bewohner der eigentlich so blühenden Handelsstadt waren sich jetzt einig. In das Hauptheiligtum der Stadt, das Helios-Heiligtum, sollte noch während der Aufräume- und Wiederaufbaufase eine Statue gebaut werden, die alles bisher Bekannte übertreffen sollte. Heute kennen wir diese als den Koloss. Und Kolossus bedeutet übrigens einfach nur Statue im dorischen Dialekt, mehr auch nicht. Das wusstest du vielleicht noch aus deiner Geschichte, David. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich das auch erwähnt habe. Auf jeden Fall kommt es mir bekannt vor. Der Bildhauer Chares von Lindos wurde mit diesem Monumentalbau beauftragt. Und ja, dieser Auftrag sollte Ihnen eine Anekdote zufolge in den Ruin stürzen, in einen tragischen Ruin. Dazu heißt es beim griechischen Philosophen Sextus Empiricus, die Rhodia, also fragen Chares, wie viel Geld Sie für die Erstellung des Kolossus würden aufwenden müssen. Als sie dies in Erfahrung gebracht hatten, fragten sie erneut, wie viel es wäre, wenn sie ihn mit einer doppelt so großen Statue beauftragten. Er forderte dafür das Doppelte. Und sie wurden handelseilig. Da er aber diesen Betrag bereits für die Anfangsarbeiten und die Entwürfe ausgeben musste, brachte er sich um. Okay, wow. Nach seinem Tod wurden sich die Handwerker bewusst, dass man für eine doppelt so große Statue nicht das Doppelte, sondern eher das Achtfache hätte fordern müssen, da nicht nur die Höhe, sondern alle Dimensionen des Werkstücks vergrößert werden musste. Ja, klassisches Mathematikproblem aus der achten Klasse, könnte ich mir vorstellen. Ja, und damit lösen wir auch unsere dritte Frage, letzte Frage auf, wo du leider knapp daneben lagst. Der Daumen ist es nicht. Ja. Tragisch endet es natürlich trotzdem für unseren Architekten. Ja, also ich hätte es mir eigentlich auch schon denken können, dass das der Daumen, das war vielleicht zu weit hergeholt. Aber ich sage mal so, es passiert ja dann auch noch was mit der fertigen Statue, deswegen hatte ich das vielleicht noch ein bisschen im Hinterkopf. Ich will aber nicht zu viel verraten. Ja, das stimmt. Ja, und trotz dieser Legende gelingt es dem Architekten, in zwölf Jahren die höchste Statue der Antike zu errichten. Oder zumindest zu planen. Wir wissen ja nicht sicher, wie er umgekommen ist. Wie gesagt, das ist eine Legende, die auch erst deutlich viele Jahrhunderte später entsteht. Wie so oft. Ja. 292 ist der Koloss dann fertiggestellt. Er besteht hauptsächlich aus Bronze und Stein und war 30 bis 35 Meter hoch. Und damit doppelt so hoch wie die Zeus-Statue von Olympia am Austragungsort der antiken olympischen Spiele. Das war natürlich ein deutliches Zeichen. Von dem Zeitpunkt an, da der Koloss von Roldos fertiggestellt war, sprach man auch unter Bildhauern jetzt von Kolossen, wenn die Statuen mehr als die doppelte Lebensgröße betrugen. Und später sollte das Wort Kolossus auch bald in den Wortschatz der deutschen Sprache aufgenommen werden. Ja, das Adjektiv kolossal. Kennst du wahrscheinlich, oder? Habe ich vielleicht schon mal gehört, ja. Gut. Ja, die Freude der Rhodia an der erbrossenen Statue hält allerdings nur sehr kurz an. Denn 66 Jahre nach der Fertigstellung wird die Insel und die Stadt Roldos von einem gewaltigen Erdbeben heimgesucht. Etliche Häuser und Tempel brechen zusammen und letztlich auch der Koloss von Roldos. Jetzt aber liegt er da, durch ein Erdbeben umgeworfen und an den Knien abgebrochen. Doch auch liegend erregt das Bildwerk noch Staunen. Nur wenige können seinen Daumen umfassen. So groß ist er. Seine Finger sind größer als die meisten Statuen. Das schreiben zwei antike Gelehrte Strabon und Plinius zu diesem Moment. Und da kommt dein Daumen nochmal vor. Immerhin, okay. Für den ältesten Überlieferer der sieben Weltwunder Antipatros von Sidon ist in jedem Fall klar, der Koloss von Rhodos muss auf seine Liste. Ja. Auch wenn er selbst den Koloss nie in seiner Blüte erblickt hat. Ja und auch einige der anderen Weltwunder ja auch nicht, muss man auch dazu sagen. Und die es zum Teil ja auch vielleicht gar nicht gab. Zum Beispiel die hängenden Gärten. Aber das nur am Rand. Ja, mehr dazu in der Folge zu unseren Weltwunder. Genau. Er schreibt über das Bauwerk. Nur vom Land, sondern auch vom Meer aus sehen konnte. Als mit der Zeit, mit den Jahrhunderten, die vergingen, auch verloren gingen, wo die Statue stand und das Wissen darüber, wie sie ausgesehen hat, wurde mit der hoffnungslosen Suche nach der Wahrheit der Koloss von Rhodos zu einem Mythos. Jahrhunderte später macht es sich vor allem die renaissance-humanistische Bewegung zur Aufgabe, dieses Rätsel zu lüften. Mithilfe antiker Quellen glaubte ein rhodischer Großmeister im 14. Jahrhundert das Geheimnis gelüftet zu haben. Über die Johanniter erreichte dann auch bald die Nierlande die Information, dass in Rhodos einst ein riesiges Götzenbild am Hafeneingang stand. Und zwar breitbeinig mit ihr einen Fuß auf der Mole, der andere auf dem Festland, sodass die Schiffe hindurchfahren konnten. Da der Abstand zwischen Mole und Festland allerdings knapp 100 Meter betrug oder beträgt noch, musste es schon damals eigentlich klar gewesen sein, dass das einfach unmöglich ist. Nee, aber es gibt sehr bekannte Darstellungen, die das zeigen, ne? So ist es. Und diese Vorstellung, diese Imagination breitet sich jetzt wie ein Lauffeuer aus. Und das auch, weil Künstler wie der Niederländer Martin van Hemskerk diese Vorstellung auf Kupfer, Papier und Leinwand festhielt. Und ja, auch heute noch werden in den Straßen von Rhodos Souvenirs mit dem Bild des Kolosses von Rhodos als breitbeiniger Riese angeboten. Wie gesagt, eine komplette Feevorstellung, die sich nichtsdestotrotz trotzdem sehr schnell ausbreitete. Und ich würde jetzt mal ein Bild zeigen, David, und vielleicht erinnert dich eine andere Statue auch an den Koloss von Rhodos, die du vielleicht kennst. Ja, also auf dem Bild hat die Figur ja sowohl was auf dem Kopf als auch eine Art Fackel in der Hand. Und das kennt man natürlich aus einer etwas jüngeren Statue, also von der Freiheitsstatue, die ja auch eine Fackel in der Hand trägt und die auch so imposant steht, noch größer auch ist, auch aus Metall ist. Also daraus ist wirklich eigentlich die Ähnlichkeit, ist unverkennbar. Ja, nee, auf jeden Fall. Und tatsächlich ist es, dieser Kupferstich ist aus dem 16. Jahrhundert. Und mit diesem Kupferstich beginnt eigentlich wirklich auch diese Vorstellung. Also vorher ist es schon verschriftlicht, aber wenn man das natürlich noch bildlich vor Augen hat, dann macht das damals auch großen Eindruck und wird dann übernommen von den Bildhauern und Architekten. Aber spätestens Mitte des 19. Jahrhunderts, als eine Reise nach Rhodos nicht mehr allzu abenteuerlich wird, ist es dann klar, dass es den Breit bei den Koloss mit der Fackel eigentlich nicht gegeben haben kann. Also vorher war es eigentlich, dann hätte es den Forschern auch schon klar sein müssen. Aber jetzt wird es eigentlich der breiten Menge auch klar. Das führt aber nicht dazu, dass man es jetzt auf sich beruhen lässt. Im Gegenteil. Nachdem Anfang des 20. Jahrhunderts archäologische Ausgrabungen intensiviert wurden, beginnt jetzt die Suche nach dem Standort und dem Aussehen des Kolosses erst so richtig. Kürzlich machten Forscher aus Griechenland, Spanien und Großbritannien dann den Vorschlag, den berühmten Koloss zu rekonstruieren. Und dann ist natürlich umso mehr die Frage, wie hat er ausgesehen und vor allem, wo hat er gestanden? Du kannst dich vielleicht noch daran erinnern in deiner Folge auch zu den Weltwundern, dass das auch noch ein Mythos ist, den man bis heute nicht sich erklären konnte. Das kann ich schon mal sagen. Aber vielleicht kann ich nochmal zwei Positionen klar machen, die sehr prägnant sind und um die sich Rodos-Experten eigentlich bis heute streiten. Die neueste Studie hierzu stand von der Archäologin Ursula Wedder. Sie situiert den Koloss im Helios-Tempel, der vermutlich auf einer Anhöhe südöstlich der Stadt stand. Dort wäre ausreichend Platz gewesen, um eine große Werkstatt mit Gießgruben zu errichten. Das ist ihr Fazit. Außerdem würde es dazu passen, dass dort auch Sportstätten waren, wo alle vier Jahre große Spiele zu Ehren der Götter stattfanden. Und dass Sportstätten, Spiele und Götter, dass das eng zusammengehört, das war für die griechische Antike eben ganz wichtig. Mit dem Gesicht nach Osten gewandt, wäre die Statue trotz der größeren Entfernung zum Meer auch von dort aus sichtbar gewesen. Also man hätte auch dann das Gesicht gesehen. Der Archäologe Wolfram Höpfner hat wiederum eine andere Meinung und glaubt, dass der Standort der Hafen sein muss. Auch wenn natürlich nicht in dieser breitbeinigen Form. Er meint, dass wir aus der Betrachtung neuerer, riesiger Kolosse, unter anderem von der Freiheitsstatue, vor allem eins lernen. Und zwar, dass sie nicht inmitten einer Stadt stehen, sondern direkt am Wasser, sodass sie bereits von Weitem zu erkennen sind. Dass es hierbei eine, aber auch nur eine Quelle gibt, die den Koloss im Helios-Tempel, dem Stadtinnern, verordert, findet er nicht aussagekräftig genug. Wir werden es hier leider nicht abschließend klären können, wo der Koloss wirklich gestanden hat. Aber es ist möglich, dass weitere Untersuchungen schon bald eine genaue Lokalisierung möglich machen. Und dann geben wir euch natürlich Bescheid, wenn es da mehr Infos gibt, wenn es da schon was Sicheres gibt. Aber diese neuere Studie, die ist tatsächlich zwölf Jahre später entstanden. Zumindest ist das Buch zwölf Jahre später veröffentlicht worden. Und ich halte es eigentlich mit der Begründung auch für ganz pausibel, dass tatsächlich die Statue im Helios-Tempel stand. Und das heißt dann auch eher im Stadtinneren. Das werden wir aber, wie gesagt, hier nicht klären können. Und genau klären können, wie die Statue aussieht, werden wir leider auch nicht. Aber da sind sich Vedder und Höpfner größtenteils einig. Wahrscheinlich zeigt die Statue einen nackten jungen Mann mit langem, lockigem Haar und Strahlenkranz. Während man davon ausgehen kann, dass sein Kopf nach dem Vorbild der Münzbilder gegossen wurde, und da sieht man eben den Kopf und den Kranz und die Locken, kann man über die Haltung des Mannes eigentlich nur spekulieren. Höpfner geht davon aus, dass der Jüngling die rechte Hand hebt, angelehnt an eine zeitgenössische Statuette, die im Pariser Louvre steht. Vedder glaubt er, dass er eine Schale in seiner rechten Hand hält, da es sich bei der Statue um ein Weihgeschenk an den Gott Helios handelt. Zwar ist auch der Gott Helios dargestellt, aber eben dieses Weihgeschenk als Zeichen dafür hält er eben diese Schale. Das ist ein typisches Symbol dafür. Aber wie gesagt, auch das können wir nicht abschließend klären. Das sind die zwei großen Fragen, die noch geklärt werden müssen, was den Koloss von Rodos angeht. Sicher ist aber, dass die Rekonstruktion eines Koloss von Rodos sehr teuer werden wird. Zeitungsberichten zur Folge war im Jahr 2015 der Bau einer 150 Meter hohen Nachbildung geplant. 150 Meter. Kostenpunkt 240 Millionen Euro. Ob die Klammer griechische Staatskasse diese Summe in nächster Zeit aufbringt, ist zumindest fraglich. Aber vielleicht ist es auch besser so, dass sie sie nicht aufbringt, denn so ist es uns vielleicht noch länger möglich, uns selbst auszumalen, wie der Koloss von Rodos ausgesehen hat. Die Magie, die in diesem unlösbaren Rätsel steckt, bleibt dadurch vielleicht auch erhalten und damit auch der Status des Koloss von Rodos als Mythos. Und als Weltwunder. Und als Weltwunder. Und damit bin ich am Ende dieser Geschichte über die Belagerung, die Vorgeschichte und den Koloss von Rodos. Ja, ich würde sagen, Weltwunder ist eine der besten Möglichkeiten, wie man eine Geschichte beenden kann. Nämlich in epischer Breite und Größe in diesem Fall. Dann sage ich vielen Dank für diesen Streifzug durch die Geschichte von Rodos, die, denke ich, auf jeden Fall mit der bekanntesten Repräsentation geendet hat. Nach der immer noch gesucht wird. Ich erinnere mich auch, dass, glaube ich, mal nach Metallteilen auch noch gesucht wurde, weil dieser Koloss ja zerbrochen ist und die Metallteile anscheinend auch weiterverkauft wurden oder vielleicht noch, wenn er über dem Meer gestanden hätte, dort liegen würden. Das ist natürlich eher unwahrscheinlich. Also ich glaube auch, dass diese Geschichte noch lange nicht vorbei ist. Aber wir haben trotzdem auch noch ein wichtiges Teilstück der Geschichte des ehemaligen Alexanderreichs, also des antiken griechisch geprägten Raums gehört und sind wieder ein Stück weitergekommen in die Richtung der Nachfolgestaaten, eben der Diodochenstaaten, die dort ja dann auch ihre Vorherrschaft beibehalten, eigentlich bis zu den Römern. Also da haben wir ja auch noch nichts zu der Region eigentlich gemacht im Machtbereich der Römer. Also ich würde sagen, wir bewegen uns ein bisschen weiter voran eigentlich, dadurch, dass du auch mehrere Folgen gemacht hast, die mehr oder weniger hintereinander oder zur selben Zeit spielen, auch mit der Belagung von Tyros durch Alexander, mit dem Machtkampf. Ich glaube, wir sind immer so ein paar Jahrzehnte gesprungen, haben wir jetzt wieder gemacht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und wenn man die auch quasi bei uns chronologisch hört, macht das ja sogar Sinn. Und man hat immer jedes Mal ein bisschen mehr Vorwissen. Und für mich wird es mit dem bisschen an Vorwissen, was ich habe, dann auch immer so ein volleres Bild, dass auch Rodders da nochmal verorten zu können in dieser Region. Ja, ich scheine aber für diese Zeit so ein gewisses Fable zu haben, vor allem für die, die ja doch einen Kriege. Und da gibt es ja noch ein paar spannende Themen. Vielleicht kommt da noch das eine oder andere Thema. Vielleicht hat jemand auch noch eine Idee, was es da noch ganz Besonderes gab. Kannst auch gerne vorschlagen. Und vielleicht noch ganz kurz zu dem Metall, das man gesucht hat. Es gibt eine Legende, die ist allerdings nicht weiter irgendwie untermalt. Oder wir haben eben kaum Quellen dazu. Dass im Jahr 650 nach unserer Zeitrechnung tatsächlich der syrische Kalif oder Gouverneur bei der Belagerung von Rodders, denn er hat dann auch Rodders belagert und eingenommen, das Metall dann auch wieder mitgenommen hat, verschifft hat und dann auf über 950 Kamelen hat transportieren lassen, was die Menge einfach nochmal an Metall verdeutlichen soll. Ja, fand ich dazu nochmal eine spannende Legende. Aber ich glaube, ansonsten hast du nochmal die wichtigen Elemente zusammengefasst. Und dann würde ich sagen, nach dieser langen Geschichte, komme ich zur Literatur, die ich dafür verwendet habe. Ja, die Geschichte war lang. Dann gehen wir schnell über zu einem kurzen Überblick über Literatur vielleicht. Genau. Also empfehlen kann ich auf jeden Fall die Bände von Höpfner und von Wedder. Das sind diese beiden Archäologen, Archäologinnen und Archäologe, die eben darüber forschen. Der Band von Höpfner heißt der Koloss von Rodders und die Bauten des Helios. Neue Forschung zu einem der sieben Weltwunder. Neue Forschung ist relativ, das ist im Jahr 2003. Der andere Band ist neuer. Der Koloss von Rodders heißt dieser Band. Archäologie, Herstellung und Rezeptionsgeschichte eines antiken Weltwunders und ist von Ursula Wetter. Kann ich beide empfehlen. Wolfram Höpfner gestaltet es noch, sage ich mal, weniger für wissenschaftlich und etwas übersichtlicher für mich, für meinen Geschmack jetzt. Ja. Genau. Und wer noch mehr über die Belagerung vor allem entfahren möchte und zu Rodders, der ist bei Hans-Ulrich Wiemann richtig. Sein Buch heißt Krieg, Handel und Piraterie. Rodders und Antigonus Monophtalmos. Ja, auch mit sehr, sehr vielen Quellen untermalt. Ein sehr erfahrener Althistoriker, glaube ich. Okay. Und damit bin ich auch hier zu Ende und übergebe jetzt an dich für den letzten Abschnitt unserer Folge. Ja, dann haben wir einiges an Hausaufgaben, einiges an Literatur, in die man sich nochmal vertiefen kann. Und wenn euch das gefallen hat, diese Folge oder unsere letzten Folgen, dann könnt ihr uns auch unterstützen und uns kontaktieren. Das würde uns sehr freuen. Und dafür habt ihr jede Menge Möglichkeiten. Ihr könntet zum Beispiel den Weg per E-Mail nehmen an kontakt.histo.go.de. Könnt uns dort euer Feedback schreiben, eure Meinung. Konstruktive Kritik ist auch immer gerne gesehen, was wir an dem Podcast vielleicht noch verbessern können, was ihr euch wünscht. Oder natürlich, welche Themen ihr empfehlt. Zum Beispiel in diese Richtung oder in andere Epochen. Da haben wir ja alles Mögliche noch vor uns. Ihr könnt uns auch auf Instagram, Twitter oder YouTube erreichen und Kommentare schreiben. Oder auf unserer Website generell über das Kontaktformular.histo.go.de. Und wir freuen uns über eure Kommentare und auch Bewertungen. Zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. Wenn man da so fünf Sterne gibt, dann hilft uns das immer sehr. Also das sehen wir natürlich gerne. Ja. Und ganz besonders freuen wir uns auch über Unterstützung in Form von Spenden. Das geht auch über unsere Website, über Paypal oder eine Banküberweisung. Und damit können wir Sachen wie die Literatur, Viktor, die du uns empfohlen hast, zum Beispiel auch finanzieren. Und auch den Podcast etwas weiter voranbringen. Und dann würde ich sagen, haben wir eigentlich einen guten Abschluss gefunden für unsere Folge. Auf jeden Fall. Ja, du hast mich noch ein bisschen fragend an, aber ich glaube, du hast alles genannt, was wichtig ist. Und im besten Fall hört ihr ja mehrere Folgen von uns und dann könnt ihr das Ende immer wieder hören, falls ihr mal was vergessen. Der ist jedes Mal gefreestylt, dieser Schluss. Also wir erzählen das ganz offen und vergessen vielleicht auch mal was. Aber in der Summe ist dann alles Wichtige dabei, wie ihr uns erreichen könnt. Wenn ihr jeden Schluss mal gehört habt, dann lohnt es sich immer die Folge bis zum Ende zu hören. Denn ganz am Ende, wobei wir sind jetzt schon fast am Ende, aber vielleicht hört es trotzdem noch jemand, ganz am Ende gibt es noch die Outtags. Ja, ich glaube, da wird diese Folge auch was dabei sein. Und dann wisst ihr auch, was jetzt kommt, nämlich, dass wir uns in zehn Tagen dann wieder hören werden, wo ich dann wohl eine andere Epoche gehen muss, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Und das auch sehr gerne tue, denn wir haben ja auch viele sehr spannende Vorschläge und da werde ich mir, glaube ich, einfach mal einen rauspicken. Und bis dahin bleibt gesund und munter. Macht's gut und wir hören uns bald wieder. Ciao. Tschüss, macht's gut. Und das heißt, dass sie dort natürlich dann auch dementsprechend Obst, Gemüse, Getreide anbauen konnten. Obst, Gemüse, das klingt so spezifisch. Das war quasi der artige Supermarkt. Espresso, Schokolade, Süßigkeitenregal.